Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im Hintergrund seht ihr ein Feuerwerk-Gameplay vom neuen Modus. Truppjubel, das ist ein Modus, wo nur die neuen Maps sind, wo man im Team spielt, also Fußball, Basketball und so weiter. Und wir kommen jetzt zum Hauptthema vom Video. Die Season 2 wurde verschoben auf den 13.09.2022. Und im Hintergrund seht ihr jetzt noch das Gameplay und viel Spaß. Das war's für heute. 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 Das war's. 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 Das war's.